Dann seid ihr nicht sehen. Hey, hupt doch mal für mich! Ach, hab ich nicht gesehen. Aber es ist mega cool, weil ihr... Es ist mega cool, weil ihr ein S-Bahn... Ja, dann soll der S-Bahn ja auch mal bald kommen. Er hat doch gehupt! Er hat doch gehupt für mich! Da kommt die S-Bahn. Aber er hat doch gehupt bestimmt für mich. Ja. Das schicke ich dir nachher, und dann kannst du es mir bei TikTok hochstellen, wenn du noch willst. Tiktok! Okay? Aber ich versuch mal. Boah, wenn der jetzt hupt, alter, ne? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Er macht Lichtruppe! Hä? Er macht Licht aus! Er macht Lichtruppe gemacht für dich. Warte! Er macht noch mehr! Er winkt! Warte mal! Er bleibt hier unten stehen! Er soll sein, ne? Hä? Er wird immer noch! Er wird immer noch! Jaaa! Was fährt er gleich los? Ich hoffe, er hupt nicht! Ne, deswegen bin ich schon zurück auf meinem Telefon! Das schicke ich dir nachher, ne? Basti, ich geh schon mal rüber! Jaaa! Weil ich ja gleich, weil der ja gleich hier lang kommt und gehen will, der hält gleich zu Zuri! Basti winkt immer noch! Drei Jahre später, Basti winkt immer noch! Fünf Jahre später, Basti winkt immer noch! Jetzt! Ja! Was fährt er los? Und da kommt er! Ne, das geht noch nicht gut! Das Video kannst du dir gleich bei Zuri angucken, wenn du willst, ja? Machst du das? Ja! Hi! Guck mal! Er ist aber geiles Video, Alter! Er ist die eine Bahn! Ja? Ja! Das geht mir zu tun!